Einschlafen in Tolkiens Welt Heute Geografie und Realismus Einen wichtigen Teil in John Warnold R. Tolkiens Erzählungen stellen das Aussehen und die Geografie der Welt, in der sich eine Geschichte abspielt, dar. Er legt hierbei sehr starken Wert drauf, dass wichtige Komponenten, welche wir in unserer Realität finden, auch in seiner Welt wieder auftauchen, um den Leser einen leichteren Zugang zu seiner Welt zu ermöglichen. Viele Kritiker Tolkiens scheinen anzunehmen, dass Mittelerde eine eigene Welt darstellt. Eine Annahme, die für Tolkiens nicht nachvollziehbar war. Hatte er doch ein genaues Bild von der Welt, die er geschaffen hatte. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er bei der Namensgebung eine Bezeichnung wählt, welche diese ganz eindeutig aufzuzeigen versucht. Mittelerde stellt hierbei nicht einen Fantasienamen dar, sondern ist eher eine moderne Form des Begriffes Midden-Erd. Was eine alte Bezeichnung für Eukomene, dem Wohnort des Menschen, also der realen Welt in scharfer Abgrenzung, zur jeglichen Fantasiewelt darstellt. Mittelerde ist kein Fantasiename. Es ist die moderne Form von Midden-Erd, eine alte Bezeichnung für die Ökonomie, die dem Wohnort des Menschen, die objektive reale Welt im Gegensatz zu der Fantasiewelt wie den Feenland oder unsichtbaren Welt wie Himmel und Hölle. In den 60er Jahren gab Tolkien in einem seiner Briefen einen Journalisten eine genaue Beschreibung Mittelerdes. Zitat Die Geschichte spielt im Nordwesten von Mittelerde, was der geografischen Breite der Küste Europas und des nördlichen Mittelmeers entspricht. Wenn Hobbingen und Bruchtal, wie beabsichtigt, etwa auf der Höhe von Oxford liegen, liegt Minas Tirith etwa 600 Meilen südlicher, also auf der Höhe von Florenz. Die Mündung des Anduin und die alte Stadt Palaregir liegen etwa auf der Höhe des alten Troja. Auf Basis dieser detaillierten Landschaftsbeschreibung ging und Karten, welche Tolkiens Geschichten beinhalten, ist es möglich, ein relativ klares Bild zu erstellen. Es sei hierbier natürlich zu beachten, dass viele Gebiete weniger genau beschrieben wurden als andere. Die Entwicklung der Welt Viele Leser der Herren der Ringe kennen nur einen kleinen der gesamten Welt, die Tolkien erschuf. Die Erfassung des gesamten Zeitrahmens, welche abgedeckt wird, erstreckt sich über ca. 30.000 Jahre, in denen die Welt einem sehr starken Wandel unterzogen war und blieb den Lesern, welche nur den Herr der Ringe oder den kleinen Hobbit gelesen haben, weitgehend verschlossen. Ursprünglich war die Welt Tolkiens, welche von den Waller, den Mächten von Arda, erschaffen wurde, eine Scheibe umgeben von den Sphären der Luft, des Wassers, des Lichts und des Äthers. Die Sphären waren von den unsichtbaren Wellen in der Welt umschlossen und grenzten sie gegen die unendliche Leere ab. Viele Kämpfe zwischen Gut und Böse zeichneten das Land, brachten große Zerstörungen mit sich und führten zu immer neuen Landschaftsformen und Schöpfungen. Im zweiten Zeitalter der Sonne schließlich wurde das Bild der Welt endgültig verändert und formte sich zu einer Kugel. Im dritten Zeitalter schließlich entspricht die Erde dem Bild, welches viele Leser kennen. Die Handlung des kleinen Hobbits bzw. des Herrn der Ringe beschränkt sich hierbei ausschließlich auf einen zentralen Kontinent. Dieser liegt, vergleich mit unserer Erde, in etwa auf der Breite Europas. Klima und Vegetation sind dementsprechend ähnlich. Tolkien schien in diesem Zusammenhang sehr viel Wert auf Ausgestaltung und Schlüssigkeit der Weltverhältnisse zu liegen, da sie vielfach in sein Werk mit eingebracht wurden, um bestimmte Stimmungen und Gefühle zu stärken. Spezialisten ist es hierbei mittlerweile gelungen, aus den Büchern und Aufzeichnungen Tolkings detaillierte Klimakarten zu erstellen und die Realitätsnähe seiner Beschreibung nachzuweisen. Geschichte Mittelerdes und ihr Einfluss auf die Landschaft Abgesehen von dem Realismus, den Tolkien mit der Landschaftsformen, Klimazonen und Vegetation erzeugen kann, gibt es noch einen zweiten Punkt, der eine nähere Betrachtung der Geografie interessant macht. Oberflächlich gesehen sind es Gebirge, Täler und große Wüsten. Betrachtet man jedoch die Geschichten, durch welche Ereignisse sich bestimmte Formationen gebildet haben, so stellen sie einen Schritt in die Vergangenheit und Geschichten Mittelerdes dar. Riesige Gebirge, aufgetürmt von den Göttern, Landstrichen zur Furcht durch schwere Kämpfe, all dies steckt hinter den bloßen Betrachten des Öffensichtlichen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Ereignisse und Auswirkungen findet man im Silmarillion. Geografie als Stilmittel Klima, Vegetation und Landschaftsformen sind mehr als nur Kulisse für die Handlung. Sie werden bewusst als Stilmittel in die Geschichte eingesetzt. Raues und strenges Klima zur Stärkung einer negativen und beklemmenden Stimmung stehen im starken Kontrast zu den angenehmen Wetter, wie es zum Beispiel im Auenland vorherrscht, welches dem Leser ein sehr angenehmes und einladendes Gefühl gibt. Übrigens, dieser Traum wird dir ehrenamtlich geschenkt von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Wenn dir gefällt, wie du geschlafen hast, werde gleich morgen früh Mitglied.